Hello again, meine Freunde. Vielen Dank, dass ihr euch angeschaut habt. Keller, neues Ginola vs. Lottin Squad Builder Bellröhnchen. Ja, Ladies, ey, ich wollte immer mal zocken in Ginola. Heute mache ich das in einem SBB. Alle sind von dem Bruder am Schwärmen. Letztes Jahr schon krass, dieses Jahr soll er noch krasser sein. Ich lasse mich surprisen. Auf meiner Gegenseite haben wir einen Mbappé. Wir haben damals das erste Mbappé SBB gemacht, Broski. Weißt du das? Surprise, motherfucker. Ich wollte mal so einen coolen Einstieg haben. Ja, weiß ich. Da bist du doch bei Monaco, Mbappé Lottin. Da bist du durch den Tisch gesprungen. Lottin. Da haben wir den noch Lottin genannt. Da wussten wir nicht, wie heißt der denn jetzt? Heißt der Mbappé? Heißt der Lottin? Ja. Und jetzt sitzen wir hier. Der Typ ist... Ich will dich doch mal anmerken, dass du da durch den Tisch gesprungen bist. War das die Aufnahme echt? Ja. Ich glaube ja. Echt? Mir kann man einblenden. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was da passiert ist. Ich hoffe, heute passiert das nicht. Wir haben bei Broski ebenfalls was aufgenommen. Checkt das Ganze sehr, sehr gerne ab. Links unten drin in der Videobeschreibung. Ja, ey. Wollt ihr irgendwas erzählen hier oder sollen wir reingehen? Wir gehen rein. Wir gewinnen. Besser wird gewinnen. Ja komm, dann halt dich rein. Ja, das... Ihr müsst wissen, Freunde, Steini und ich, wir kennen uns ja jetzt auch schon eine Weile. Ich habe immer bei ihm wirklich so eine berechtigte Angst, dass er mich einfach mittlerweile zu gut kennt. Und ähm, ich gehe im linken Mittelfeld mit Kjul Hero und im Sturm... Fuck. Dachte ich mir, mache ich einfach mal die zwei besten Stürmer in diesem FIFA, die ich bis jetzt gespielt habe nebeneinander. Gehe ich mit Haaland. Na gut, du hast mich schon mit deinem ersten Hero Call komplett ausgenockt. Weil ich habe nämlich Gewuh und Hernandez aufgeschrieben. Oh, okay. Ja. Aber ich dachte... Das ist nicht clever, Alter. Zum Start in der Liga zu bleiben. Das ist nicht clever. Was hast du vorgehabt? Ja, ich dachte halt irgendwie, dass du den Haaland erschnupperst. Ja, hältst du rein? Mhm. Hallo? Ja, ja, halt durch. Achso, ich habe nichts mehr gehört. Ich dachte, Discord hat sie aufgehangen. Gut. Mein Player, number one. Wenn der Server laden würde. Äh, Stummkumpane gehe ich mit Danjuma. Uh. Ja. Und Z1 mit Vazquez. Ja, ich habe ähnlichen Fehler wie du gemacht. Ich bin auch von dem Starspiel ausgerechnet. Ich habe Paillette und Benzema. Wichtig. Wichtig. Gut. Ja, bin ich mal gespannt, was der drauf hat der Bra. Ja, beide können wir halten. Dann gehen wir rein ins Mittelfeld. Bei dir zwei ZDMs und der rechte Mittelfeld. Bei mir zwei ZDMs, ein ZDM. Jo, dann mache ich weiter mit dem Mittelfeld. Hältst du rein? Ja. Sexy, sexy. Du hast zu schnell aufgeschrieben. Ich glaube, du bist mir maximal direkt auf die Schliche gekommen. Ich hoffe nicht. Ich gehe im rechten ZM mit Merino. Scheiße. ZDM gehe ich mit Mascherano. Scheiße. Und mit Pedri? Scheiße. Bist du bei Real Madrid geblieben? Nee. De Jong, Mostovoy, Parejo. Oh, aber... Mostovoy war eine Überlegung. Habe ich dann gedacht, nein. Möchte ich nicht. Kennst du ja auch schon. Ja, das habe ich meine zweite Hero nicht gezogen. Die Flasche, Alter. Wer war das? Merino noch und? Merino, Mascherano und Pedri. Ja, scheiße. Ich hoffe, du bist mir nicht auf die Schliche gekommen. Ich hätte es gerade mal aufgefallen. So unauffällig war das gar nicht mal, was ich hier gemacht habe. Ich gehe mit Soler, mit Rodri und rechts gehe ich mit Anthony. Aua. Oedegard, Petit und Feivre oder wie der heißt. Heiß. Geil. Aua, Alter. Macht er gut. Let's go. Soler? Ich glaube, Bescheid bin ich. Junge wäre das cool, wenn ich das richtig habe. Ja, ich bin ready. Ich möchte reinhalten. Du möchtest reinhalten? Ich möchte es unbedingt wissen. Ja, ich möchte es unbedingt wissen. Okay. Äh. Ich habe es. Ja. Sehr, 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 sehr dumm. Maybe auch clever. Ich gehe mit einem Verein. Ich gehe mit Mukil und Bernard. Digga. Ich habe die aufgeschrieben und weggemacht. Ja. Nein. Ich habe die weggemacht für Tatli Afiko und Kusto. Ja. Mucho Gusto. Sehr gut. Scheiße. Ich hatte die erst. Sehr gut. Dann halte ich denn die Olga hier rein. Ich mache mal meinen linken Verteidiger als erstes. Ganz kurz und schmerzlos. Roberto Carlos. Fuck. Rechtsverteidiger. Äh. Mokele. Das gibt es doch nicht. Ich habe auch Benau aufgeschrieben. Ja. Ich dachte erst Carlos und dachte mir, ah komm, ich gebe rechte Verteidiger mit Brasilianer. Ja. Da habe ich Dodo aufgeschrieben. Ah. Richtig. Ey. Spannend. Ja. Jetzt wird es wieder. Ich glaube ich habe in den letzten drei SBBs keine Innenverteidigung gehabt. Geil. Also kann ich. Ja. Wir haben jetzt hier keine Ahnung wie lange rum gesucht. Also wenn du die spielst, die ich hier aufgeschrieben habe, dann glaube ich an gar nichts mehr. Ehrlich. Ich halte rein. Nein. Also ich habe drei aus einem Verein. Ja. Schon falsch. Äh. Ich muss den hier nehmen, oder? Perrin, Bonucci und Bremer. Hallo? Mir ist Perrin nicht eingefallen. Ich dachte da retten wir Chesney rum. Deswegen hat Bremer, Bonucci bei mir nicht funktioniert wegen Chesney. Chesney war immer auf. Ich wusste nicht, dass da Perrin rumrennt. Um Titica, Lulu mein Mann. Mann! Digga. Jetzt bin ich gespannt. Also wenn du das anders gelöst hast, dann verstehe ich nicht. Du hast lange gesucht. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, aber auch schwer, wenn man dann drauf kommt. So. Ich habe ja noch keine Icon. Aha. Und ich hoffe einfach die Streak, die bricht heute. Ich bin Tutu Kompletto mit Niederlande gegangen. Aha. Köhmann, Timber und Passwehr. Ey Digga, scheiß mir bitte in den Hals. Scheiß mir bitte in den Hals. Ich hab De Vries, Dumfries und Van der Sar. Woaaaa, haaa! Digga, wir haben beide Fullteam. Merkt man eigentlich anhand meiner Spielerwahl in der Defensive, dass ich richtig Angst habe, dieses Jahr was Verteidigung angeht? Nein, 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 nein. Hehihi. Boa, beide Fullteam. Ja der, ich habe den Perrin nicht aufm Schirm genommen. Ich war die ganze Zeit bei Chesney. Ich habe die stehen gehabt, Bonucci und Bremer. Weil beide eine Special-Karte hatten. Aber mit Chesney hat das nie funktioniert. Und Perrin habe ich einfach nicht gesehen. Der Perrin, Alter, ey. boah ein ekelhafter sturm ja hoffentlich sexy haarlander sind meine spieler ja gutes spiel und let's go rein da ganz gut der bruder meine verteidigung die sitzen da aus ist nicht so schlecht bisher perfekt wer ist das mit loko oh alter wenn du spielst du 1000 prozent pressing was ist das denn gar nicht klar hier rollkeeper sehr groß nächster handgelenk gebrochen benutze du bist lenkti denkt dran ja tschüss tschüss Oh, wie geil wäre das Tor gewesen. Oh, schade. Schade, er will der erste Halbzeit. Aber ich habe auch einen Keeper, wichtig. Der Mann mit den grauen Haaren. Nein, ich dachte, der geht an die Latte. Wichtig, ehrlich. Wichtig. Was ein Dreckspass, ey. Sehr gut. Sehr schlecht. Kommt. Kommt und wiederkommt. What the fuck? Und wiederkommt. Was war das für ein Schuss? Marino, Junge. Das war ja sein We-Club, ne? Kann sein, ja, der ist rechtsfuß, glaube ich, oder? Ja, ja, Moin. Covid-in, man. Nee, nee. Nein, ich dachte, da kommt eine Animation. Oh, Digger, ich hatte auch so Angst, dass er nochmal drankommt, ne? Ich hatte so Angst. Hilfe. Nein, er macht inzwischen... Was macht der denn da? Okay. Fuck! Wichtig. Das ist doch schwindsig. Ich habe keinen Bock, MWP abzustoßen. Bruder, da sehe ich mich gar nicht. Da sehe ich mich gar nicht. Komm, ein Fernschuss gegen Krieger. Aber dafür müssen die Pästchen im Mittelfeld kommen. Abfalten, Schiedsrichter. Pästchen im Mittelfeld. Ja! Pästchen im Mittelfeld. Pästchen im Mittelfeld. Das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Boah! Ich dachte, du ziehst doch in! Ja! Ich hab nur gelauert, bis du nach innen ziehst. Das kann doch nicht wahr sein. Da pästcht der ab, die Sau, ey! Das ist richtig. Ich habe mich schon so bei dem... Das kann doch nicht wahr sein, ey! Das ist... Ey, aber ich habe Bock auf dem. Mann, Mann, Mann! Ey, dann macht der hier die Last-Minute-Dings, ey! Das gibt's doch nicht, ey! Ja, du kannst! Was hast du nochmal? Enge Raute, ne? Mhm. Gib mir mal den ZDM. Passt zum Spiel. Oh. Er ist schuld. Dann Juma! Der Juan Bernat! Nein! Bernat ist schuld, Junge! Bernat ist schuld! Passt doch! Schön! Komm, den schick ich auch einfach so aufreißen, Jungs. Er ist eh schuld. Von daher, ich möchte den gerne auch abgeben. Ja, easy. Boah! ZO Ember Köhmann gewesen. Rechter Z Ember, äh, Dann Juma gewesen. Okay, okay, okay. Boah, ich dachte erst... Bisschen gebetet, dass du keinen Torwart nimmst, so? War ein bisschen zocken, aber am Ende des Tages, ey. Gameplay hat Bock gemacht, ging hin und her. Ich hoffe, für euch war dann auch ansehnlich. Ist gut, was passiert hier. Daumen nach oben, wer ein absolutes Träumchen schenkt. Broskys Folge habt. Ich bedanke mich, dass du da warst. Und Ginola werde ich wohl ins Weekend League Team packen. Klar, ne? Easy. Wir sind raus, macht's gut. Tschüss! 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 Tschüss!